Ja, ich weiß, das haben Sie mir schon ein paar Mal gesagt, ich weiß, dass das ein Zeitschloss ist. Aber warum habe ich mich gefragt, wenn man schon so eine sauteure Tresortür installiert, inklusive Überwachungskamera, warum hat es da nicht noch für, was weiß ich, für ein paar Sensoren gereicht, die überprüfen, ob nicht doch noch ein Kunde im Tresorraum ist, bevor sich der Grabstein vor die Höhle rollt. Wisst ihr, wenn ich gewusst hätte, dass ich heute Abend wieder auferstehen muss, hätte ich wenigstens noch ein Abendmahl zu mir genommen. Das ist Ihre Antwort. Da hätte ich halt nicht so kurz vor Geschäftsschluss kommen sollen. Nein, nein, das ist eine tolle Logik. Nehmen wir mal an, jemand wird angefahren auf der Straße, der Krankenwagen kommt, er kommt ins Krankenhaus, der Arzt schaut sich das an und sagt, oh, da hätten Sie aber ein bisschen früher kommen müssen. Glauben Sie, dass zwischen den beiden eine gute Beziehung... Ich bin nicht gereizt. Nein, Sie müssen niemanden informieren über mein Unglück. Informieren Sie sich lieber, wann genau die Tresortür wieder aufgeht, weil vielleicht morgen früh ist mir ein bisschen zu ungenau. Ja, ich warte. Witzbold, hä? Hätten Sie halt nicht so kurz vor Geschäftsschluss kommen sollen. Versuchen Sie mal bei einer Bank nicht kurz vor Geschäftsschluss zu kommen. Ne, die haben immer fast zu. Hallo? Hallo, bitte? 7.30 Uhr. Oh, das sind ja ab jetzt noch 13 Stunden. Hören Sie das? Nein, ich habe nicht meine Hände benutzt. Achso, Sie können mich ja... Hallo? Bin ich eigentlich schwarz-weiß auf Ihrem Monitor? Na, na toll. So eine Art Stummfilmstar, was? Was heißt, wenn es nur so wäre? Hören Sie, beleidigen lassen muss ich mich von Ihnen... Das ist eine Flasche Whisky. Die hat mein Vater hier unten eingesperrt. Das... Bitte? Ach, wenn Sie unsere Mutter kennen würden... Wären Sie nicht so überrascht. Hä? Nein, nein, mein Vater ist vor einiger Zeit verstorben und wir haben jetzt hier... Nein, hören Sie, vielen Dank. Das ausführlichste Gespräch, was ich mit meinem Vater jemals hatte, war... Kannst du mir mal das Salz geben? Nix, er hat mir Salz gegeben. Ja, nein, das sind alles Unterlagen aus seiner... aus seinem Schließfach, aus seiner Zeit als Wirtschaftsprüfer. Warten Sie mal, Sie arbeiten bei der Bank. Vielleicht können Sie mir das ja übersetzen. Ich habe lauter so ununterschriebene E-Mails gefunden und hier steht zum Beispiel... Also, die ist von dn.wpg.de. DN ist Dieter Neumann, mein Vater, Dieter Neumann und die WPG ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für die er gearbeitet hat. Und er schreibt an AS... AS? Keine Ahnung, wer das ist. Darum geht's auch nicht. Sie sollen das übersetzen. Hier, Gesprächsbedarf wegen N3. Nein, ich glaube nicht, dass das was mit Schiffeversenken zu tun hat. Hören Sie, Sie sind vollkommen nutzlos. Und das ist nicht gerade Stoff für eine packende Rede. Ja, man hat mich gebeten, ich soll eine Rede über meinen Vater halten. Morgen früh, halb elf, da... Oh, im Hotel und Zektempfang und... Bitte? Nein, ich habe die Rede noch nicht fertig. Oh, vielen Dank, ich weiß, ich bin spät dran. Lass Sie mich raten, ich hätte früher anfangen müssen, hä? Ja, Sie haben ja recht. Ja, ich kann das hier vermutlich auch zu Ende schreiben. Ja, aber erst wenn Sie dieses Quietschen abstellen, da ist von den... Doch, ich hatte... Doch, von dem Lüftungsschacht war ein ganz komisches Quietschen, als wäre jemand auf die FDP draufgetreten. Könnten Sie da mal ganz... Ja, und wenn Sie nachschauen, dann können Sie mir auch noch einen Bademantel aufs Zimmer schicken, ne? Hallo? Hallo? Kein Humor. 13 Stunden für 20 Minuten Rede. Gut, das müsste hinhauen. Ich meine, man hat mich gebeten, ich soll ein bisschen was sagen über die... Na ja, über die Verdienste meines Vaters bei der WPG und leider auch, ich soll es zu einem Thema Stellung nehmen. Hier, Chancen an den Finanzmärkten mit Hilfe von Finanzderivaten. Oh, da ist ja gleich mal Stimmung im Saal, das ist ja... Warte, ich kann Ihnen ja vielleicht mal ganz kurz vorlesen, ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich könnte Ihnen ja mal vorlesen, was ich schon habe und Sie sagen einfach, ob die Richtung stimmt. Also ich würde anfangen mit, ähm, sehr geehrte Damen und Herren. Oh, ja? Oh, das ist... Okay. Wunderbar. Okay. Zeit lassen für klatschen. Okay. So. Gut. Bitte? Nein, nein, mehr habe ich noch nicht. Wissen Sie, die, die, die Rede ist hier. Keine Sorge. Rede ist hier. Sie muss nur noch nach da. Von hier nach da. Schon erstaunlich, was auf dem Weg von hier nach da alles verloren gehen kann. Ja gut, also Sie können sich ja selbst beschäftigen, nicht? Das ist... Okay, ja. Sehr geehrte Damen... Entschuldigung. Nur weil auf der Wasserflasche... Die ist kaputt, aber man kann das noch lesen. Für Veganer geeignet. Auf einer Wasserflasche. Nein, nein, ist gut, dass der Aufkleber drauf ist. Würden ja sonst verdursten, die Veganer. Weil Sie glauben, das ist Ziegenspucke. Sie, ich hatte neulich eine Packung Walnusskerne in der Hand, da stand tatsächlich drauf, kann Spuren von Nüssen enthalten. Wüsste ich gern, aus was das Zeug ist, wenn es nur spurenweise Nüsse enthält. Wahrscheinlich aus Schlachtabfällen. Ach, ich sag Ihnen, schreiben Sie mal so eine packende Rede über jemanden, dessen größtes Hobby offensichtlich war, Excel-Tabellen zu verschicken. Hier schauen Sie, AS antwortet meinem Vater irgend sowas wie, er melde sich schnellstmöglich. Und mein Vater sagt dann so Sachen wie, dringend, die Nixe 3 ist nix. Diese Finanzsprache, die Nixe 3... Nehmen wir mal an, zwei reifere Geschäftsleute unterhalten sich hier über die Funktionstüchtigkeit von mehr Jungfrauen. Warum ist nur die dritte Nixe nix? Sind die anderen zwei in Ordnung? Was hat die dritte Nixe? Schuppen! Finanzmärkte um meinen Vater. Das sind die beiden Themen in meinem Leben, zu denen habe ich am allerwenigsten zu sagen. Du, das wird eine Rede werden morgen früh. Ich sehe die ja alle schon vor mir sitzen da. Commerzbank, Deutsche Bank und Vorstände und Dr. Gumpf wird auch da sein. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ein hohes Tier bei der WPG war früher Kollege meines Vaters. Also nicht so sehr Kollege, mehr Erzfeind. Das ist ein ganz unangenehmer Typ, immer die neuesten Anzüge. Da steht er aber da mit seinem iPhone und hat auch immer Sonnenbrille an. Weißt du, trägt immer so verspiegelte Sonnenbrillen, aber mit den Spiegeln innen. Steht er mal so da mit seinem iPhone, weißt du, und dann nennt mich immer Junior und dann kommt irgendwas Provokantes. Weißt du, Junior, Junior, sag mal, was spricht eigentlich gegen den Kapitalismus? Da habe ich gesagt, Gegenfrage, Herr Dr. Gumpf, was spricht denn für den Kapitalismus? Da habe ich gesagt, Junior, mein Lebensstandard. Viele halten Herrn Dr. Gumpf jetzt für einen feinen Menschen, weil er spendet. Er spendet gerne auffällig. Die Schecks, die er überreicht, sind so groß, die können Sie mit bloßem Auge vom Weltall aus erkennen. Er hält die auch immer so schräg, falls er draußen steht, falls Google erst mal wieder Fotos macht. Sie haben ja recht, vielleicht passiert ja wirklich was Gutes mit dem Geld. Aber ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, immer mehr Menschen wie Herrn Dr. Gumpf die Entscheidung zu überlassen, wem mit so viel Geld geholfen werden soll. Und Sie treffen den inzwischen überall auf jeder von den... Die heißen ja gar nicht mehr Spendengalas. Das sind jetzt Charity-Events. Charity, wenn Lachsröllchen auf parfümierte Gäste treffen. Es riecht, als wäre ein Fisch gestorben und die anderen Fische hätten Blumen geschickt. Finanzmärkte, ich sag dir, ich hab ja wirklich mich reingelesen in das Thema. Ich hab viel gelesen, aber je mehr ich gelesen hab, desto weniger hab ich verstanden. Geht Ihnen das auch so? Ich mein, ich fühl mich auch schulisch nicht vorgebildet. Ich hatte, was hatte ich in der Schule? Im Gymnasium hatte ich ein Jahr Wirtschaft und Recht. Das war's aber auch. Also gut, da hab ich immerhin gelernt, dass Wirtschaft und Recht offensichtlich zwei getrennte Phänomene sind. Mein berühmter Aphoristiker haben sie mal gefragt, ob man Wirtschaftsethik studieren soll. Hab gesagt, na, da müssen Sie sich schon entscheiden. Wissen Sie, ich bin nochmal hin zu meinem Direktor. Direkt nach dem Abitur hab ich gesagt, Herr Dr. Scherm, war das ausreichend? Ein Jahr Wirtschaft und Recht. Hab gesagt, selbstverständlich sei das ausreichend. Um Deutschland regierbar zu halten. Haben Sie nicht auch das Gefühl, diese Finanzsprache, die ist bewusst so komplex. Man will gar nicht, dass das verstanden wird. Das ist so eine Art Herrschaftswissen. Weil Macht ausüben funktioniert ja am allerbesten, wenn derjenige auf den Macht ausgeübt wird, gar nicht versteht, dass auf ihn Macht ausgeübt wird. Wie früher, wenn Ihre Mama zu Ihnen gesagt hat, schiel nicht so, sonst bleibt's dir. Haben Sie sofort aufgehört zu schielen. Weil Sie dachten, Mutter muss triftige medizinische Gründe haben, die Sie nicht kennen. Ich sag Ihnen, das hat mir keinen Spaß gemacht. Diese ganze Recherche über... Das einzig Nette, was ich rausgefunden hab, das war ein Zitat von einem Physiker. Das kann ich Ihnen schnell vorlesen. Ein Physiker hat über die Finanzmärkte tatsächlich gesagt, stellen Sie sich mal vor, wie schwierig die Physik wäre, wenn die Teilchen auch noch denken könnten. Das ist die Komplexität von Finanzmärkten. Und trotzdem hocken sich immer wieder diese Finanzexperten vor uns in irgendwelche Talkshows und verkünden mit dem Brust und der Überzeugung ihre Finanzmärkte. Es ist ja nicht so, dass ich nicht auch mal eine starke Meinung hätte. Aber meistens halt nicht sehr lang. Manchmal erinnere ich meine Meinung auch schon mitten im Satz. Je nach Gesichtsausdruck meines Gegenübers. Kennen Sie das? Man scannt so und... Oh, ist schon schlimm, was mit Griechenland da. Ich meine, die sind ja auch selber schuld, oder? In Bayern nennt man das, glaube ich, Södern. Nein, nein, ich verstehe das ja. Man will ja Bestätigung als Mensch. Ich verstehe das ja schon. Schauen Sie, das ist... Ich habe neulich in einem Geschäft, habe ich nur etwas gekauft, weil ich wollte, dass die Verkäuferin von mir beeindruckt ist. Ich wollte, dass die beeindruckt ist, was schwierig war in einem Laden für Stützstrümpfe, aber ich habe es durchgezogen. Ich habe mir vorgenommen, ich glaube Experten jetzt nichts mehr. Du, bloß, das funktioniert nur so lange, bis du halt gelobt wirst von Experten. Kennen Sie das, wenn ich zum Beispiel im Restaurant sitze? Und jetzt kommt der Experte, also der Kellner. Naja, und Sie bestellen halt etwas aus der Speisekarte und sagen... Und der Kellner sagt diese magischen Worte... Eine gute Wahl. Ha, Sie glauben gar nicht, was mit mir passiert. Eine gute Wahl. Ich habe herausgefunden, was auf dieser Speisekarte gut ist. Ich weiß es, wohingegen die anderen Gäste alle Mastdarmreste von streunenden Katzen vorgesetzt bekommen. Während ich hier fürstlich tafeln werde. Apfelschorle. Ich hatte Apfelschorle bestellt. Diese Gefallsucht ist echt chronisch. Als ich zu meinem Papa gesagt habe, Papa, du, ich würde gerne Geschichte studieren. Hat er gesagt, schade, ich hätte es gern gesehen, wenn du in die Zukunft geschaut hättest. Also BWL oder VWL studiert, das war so sein Traum. Ich meine, das muss man den Wirtschaftswissenschaftlern lassen. Die haben uns eingebläut, dass sie mit ihrer Zahlenmüstigen irgendeine bessere Zukunft schauen können. Nein, also VWL zu studieren, um die Zukunft vorhersagen zu können. Dann können Sie auch Theologie studieren, um die CSU zu verstehen. Das hat nichts, nichts miteinander. Aber ich finde das so interessant. Diese Wirtschaftswissenschaftlern gelten immer, als ob Sie in die Zukunft schauen können. Nein, können Sie nicht. Die haben Daten aus der Vergangenheit. Und diese Vergangenheit, die rechnen Sie hoch. Das ist im Prinzip so. Wir sitzen alle, unsere Gesellschaft, wir sitzen alle in einem großen Auto. 200 Stundenkilometer fahren wir auf der Autobahn. Hinten im Auto hocken die Wirtschaftswissenschaftler drin und zählen die Autos, die wir überholt haben. Und sagen uns dann, ob es vorne links oder rechts geht. Deswegen sind die bei Vollsperrungen auch vollkommen unnütz. Schauen Sie, wir Menschen sind es. In der Vergangenheit haben wir irgendwelche Erfahrungen gemacht und das rechnen wir hoch. Der Zukunft gegenüber sind wir so blind wie eine kleine Gans. Nehmen Sie das mal. Eine kleine Gans, die wird geboren und gefüttert. Und sie registriert so. Aha, die Menschen sind um ein Wohlergehen besorgt. Und das ist die Wahrheit der Gans. Und mit jedem Tag der Fütterung wird diese Erkenntnis ja auch verstärkt. Und eines Tages ist Weihnachten. Schauen Sie, und trotzdem tritt immer wieder der Wirtschaftsminister vor uns mit irgendwelchen Zukunftsprognosen. So, nächstes Jahr haben wir ein Wirtschaftswachstum von 2,3%. Und niemand sagt, er ist eine blöde Gans. Nein, nein, ich finde es toll, was er alles berechnen lassen kann. Ja, er hat keinen Plan von der Zukunft, aber er kann sie schon in Kommazahlen ausdrücken. Du, wie viele Sterne haben wir denn im Universum? Ja, Hunderttausende von Milliarden. Komma drei. Ich habe mich immer gefragt, warum macht ein Minister, warum nutzt ein Minister diese Kommazahlen? Ich glaube, weil er die Macht der Kommazahlen kennt. Die können sich selber ausprobieren, wenn sie mit Kindern unterwegs sind. Stunden schon, die sitzen hinten im Auto, wann sind wir denn da? Antworten Sie mal, in 17,3 Minuten. Dann sind die erst mal ruhig. Verstehen Sie, der alte Bismarck hat damals dem Meteorologischen Institut in Berlin die Wettervorhersage verboten. Mit der Begründung, es sei nicht angängig, dass ich eine Reichsbehörde ständig irre. Philipp Rösler darf nach wie vor. Das ist einfach, was ich... Ich verstehe das nicht. Diese ganze Finanz- und Wirtschaftswerte, die haben, glaube ich, ihre eigenen Regeln. Man hat so das Gefühl, es gibt so zwei Welten inzwischen. Die eine ist die normale Welt und das andere ist so eine Finanzwelt. Aber man fühlt sich ja ständig bedroht. Seit Jahren schreiben die Zeitungen nichts anderes außer Finanzkrise, Eurokrise, Schuldenkrise. Die Welt steht vor dem Abgrund. Und du selber schaust aus dem Fenster. Und die Straßenbahn fahren. Die Leute gehen einkaufen, aber man ist ja nicht beruhigt. Man hat irgendwie so... Man fühlt sich... Ein bisschen wie, als säßen wir alle in einem großen Flugzeug. Das Flugzeug fliegt, man ist so angeschnallt. Es ist so ein leises Brummen in der Luft. So... Aber immer wieder meldet sich von vorne das Cockpit mit irgendwelchen Horrornachrichten. Oh Gott, oh Gott, wir stürzen ab. Wir stürzen bestimmt gleich ab. Oh! 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 Aber das Flugzeug fliegt weiter. Jetzt kommt sogar eine Stewardess und bringt Ihnen einen Kaffee. Toll, als ob mich das beruhigen würde. Vielen Dank, danke dafür. Und dann meldet sich aber schon wieder das Cockpit von vorne. Oh Gott, mein Co-Pilot ist abgesprungen. Ich kann die Instrumente nicht lesen. Ah! Nach wie vor ist an Bord alles irgendwie normal. Die nächste Stewardess kommt und bringt Ihnen ein Kissen. Als ob ich schlafen kann nach dem Kaffee. Aber Sie versuchen es trotzdem. Und dann meldet sich schon wieder vorne das Cockpit. Meine Damen und Herren, wir haben die Turbulenzen jetzt hinter uns gelassen. Genießen Sie den weiteren Flug. Es wird jetzt nicht... Ja! Oh Gott, wir werden alle sterben! Jetzt fangen Sie doch mal an, mit Ihrem Nachbarn zu sprechen. Aber der weiß auch nicht so genau. Irgendjemand schlägt vor, wenn wir uns alle nur ganz leicht machen. Und dann sind Sie so nervös, dass Sie selber nach dem Rechten schauen wollen. Und Sie gehen nach vorne, diesen Mittelgang nach vorn. Und Sie kommen nicht weit, weil da ist ja bei der ersten Klasse so ein Vorhang. Sie ziehen diesen Vorhang beiseite und sehen, die erste Klasse ist leer. Da ist niemand mehr. Bis auf eine Stewardess, die Sie vorher noch nicht gesehen haben. Sie dreht sich um und sagt, keine Sorge, ich habe Physik studiert. Ja, meine Damen und Herren, es wird Sie freuen, zu hören, dass wir die Menschen der ersten Klasse mit Rettungsschirmen in Sicherheit gebracht haben. Ja, ist noch eine Frage offen. Ist in der zweiten Klasse ein Pilot? Nein, kein Problem. Dann sprechen Sie mir nach. Vater, unser im Himmel. Oh, Jesus Christ. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, hallo? Ah, Sie sind's, Herr. Ich habe Ihren Namen vorhin gar nicht mitbekommen. Bitte? Amen. Amen. Cooler Name. Amen. What's your name? Viel Spaß mit dem Namen in Amerika. Ist ein arabischer Name. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Na, dafür, dass Sie seit 20 Jahren in Deutschland sind. Okay, das ist Ihr Vorname. Wie ist Ihr Nachname? Benani. Okay. Herr Benani, das ist vielleicht eine blöde Frage, weil Sie kommen von mir und Sie haben mich angerufen. Was gibt's? Bitte? Der Arzt ist da. Toll, was soll der machen? Ich meine, Ihnen den Blutdruck messen, oder was? Warte, warte, er könnte mir eine Ferndiagnose stellen. Sehen Sie das? Ah, ah, ah. Er hat nämlich so eine ganz zerklüftete Mandel auf der... Ah, seht ihr? Hallo? Hallo? Ich habe wirklich so zerklüftete Mandel. Die sind riesig. Die habe ich von meinem Vater. Mein Vater hatte, das kann ich Ihnen zeigen, der hatte Mandel. Die haben Sie von außen aus gesehen. Ich habe hier so ein zerknülltes Bild gefunden. Schauen Sie, das ist mein Vater. Also, man sieht es jetzt nicht besonders gut. Und daneben ist Dr. Gump. Dr. Gump ist derjenige mit den Sonnenbrillen und dem Adam Smith T-Shirt. Oh, da lachen immer nicht viele. Das ist, ähm... Adam Smith, ganz interessanter Charakterkopf, nicht? Der hat im 18. Jahrhundert so ein Buch geschrieben und eigentlich die modernen Wirtschaftswissenschaften erfunden. Also, der hat so ein Buch geschrieben über die freien Märkte mit zwei Teilen, ja? Die FDP hat nur den ersten Teil gelesen und wir hatten den Salat. Moment mal, Adam Smith, A.S. Adam Smith ist, A.S. ist Dr. Gump. Schauen Sie sich das an, natürlich. Das erklärt auch den Ton von diesen E-Mails. Schauen Sie, egal was mein Vater für Einwände hat, Dr. Gump oder A.S. schreibt, er braucht die Nixe, startklar, mein Vater soll die Nixe pushen. Die Nixe pushen. Mehr Jungfrauen schubsen, hä? Aber mein Vater wehrt sich, schauen Sie. Mein Vater schreibt, dass es nicht sein kann, dass 60% der Kursentwicklung der am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Genau. Du denkst, du hast etwas verstanden und dann kommt wieder diese Finanzwelt. Das ist ein Puzzle mit 5000 Teilen von einem blauen Himmel. Irgendwie hatte ich mir so ein Tresor immer anders vorgestellt. Sie nicht auch? Ein bisschen mehr Geld, aber es liegt überhaupt nichts mehr rum. Die haben mir gesagt, sie haben dieses ganze Geld, was oben auf den Schaltern liegt, gar nicht mehr in Real hier. Ich glaube, 5% vom gesamten Euro-Geld gibt es noch als Münzen und Scheine. Der Rest, 95% sind, was eigentlich? Was ist das eigentlich? Mein Nachbar, der Herr Schaller, der geht ja jede Woche zu seiner Bank und lässt sich alles, was auf seinem Konto liegt, auszahlen. Dann zählt er das vor Ort nach. Nickt. Und dann zahlt er alles wieder ein. Den habe ich für verrückt erklärt, ja? Bis zur Finanzkrise. Da war ich selber unsicher, ob mein Geld überhaupt sicher ist auf der Bank. Ging das nicht aus? Bis natürlich Merkel und Steinbrück damals noch als Duo sich hingestellt haben und sagen, die Einlagen der kleinen Sparer sind sicher. Das war ja der größte Zaubertrick seit Norbert Blüm. Wenn alle, wie der Herr Schaller, das gemacht haben, hätten ihr Geld von der Bank geholt. Sie hätten gesehen, es ist eine glatte Lüge gewesen. Dadurch, dass wir das aber geglaubt haben und unser Geld bei der Bank gelassen haben, haben wir es quasi zur Wahrheit werden lassen. Das ist ein interessanter Gedanke. Dass Politiker im Grunde nicht lügen. Wenn sich das Volk zu dem, was sie sagen, richtig verhält. Ja, das ist natürlich Voraussetzung. Ich meine, zum Beispiel Christian Wulff hätte nie gelogen, wenn wir den nicht dauernd was gefragt hätten. Ich wollte eigentlich Journalist werden, aber ich habe den Kaffee nicht vertragen. Ich arbeite auch nicht direkt für das Wirtschaftsprüfungsunternehmen, sondern für deren Stiftung. Also das ist natürlich die Versuchen, das Wirtschaftswissen in der Bevölkerung ein bisschen zu erweitern und zu lenken. Klar, aber die haben mich da eingestellt bei der, also das war toll bei der, ach, die waren begeistert von mir. Ich will jetzt da nicht, aber Geschichtsstudium mit sehr gut abgeschlossen und journalistische Vorbildung 1A. Und dass mein Vater die Stiftung gegründet hat, hat jetzt nicht negativ. Ja, mein Vater hat sie gegründet, morgen auf den Tag genau vor zwei Jahren. Wir wissen alle nicht warum, mein Vater war da ein bisschen rätselhaft. Als Kind, ich wusste nicht viel mehr, mein Vater. Ich wusste, der ist Anwalt und der hat sich dann auf Wirtschaftsrecht spezialisiert und ist dann rüber zur WPG. Und das war alles. Mehr hat mich als Kind nicht interessiert. Schauen Sie, andere Kinder fanden das toll. Die haben gesagt, oh, dein Papa ist ein Anwalt. Oh, ja. Ich war das einzige Kind in der Nachbarschaft, das wusste, dass Zimmer aufräumen im BGB verankert ist. Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört, verpflichtet, in einer seiner Kräfte entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen Dienste zu leisten. Oh, ein paar schreiben sich schon auf. So beginnen ja die schönsten Geschichten. Mit Vertrauen. Er hatte seinem Bankberater vertraut. Haben Sie den Satz auch schon mal gesagt? Neulich. Ich habe eine Bankberaterin. Ich sage mal, ich habe meiner Bankberaterin vertraut. Eine sehr nette Frau, um Gottes Willen. Wunderbare Bankberaterin, Frau Drösel. Ich wusste bloß nicht, dass es sie gar nicht gibt. Es gibt keine Bank. Das sind alles nur angestellte Verkäufer. Und Banken verkaufen ihnen nur das, womit sie selbst Gewinne machen. Das heißt, sie suchen sich kein passendes Produkt für den Kunden. Die suchen sich einen passenden Kunden für ihr Produkt. Weißt du? Ja, aber das... Das hätte ich mal wissen sollen, bevor ich 9.000 Euro in diesen offenen Immobilien vorgegossen habe. 9.000 Euro investiert. Sie war ja auch so hinterher. Aber wissen Sie, was mein Grund war, 9.000 Euro zu investieren? Ich wollte, dass sie aufhört anzurufen. Kennen Sie das, diesen Impuls? Die rufen hier ständig an, wenn sie mehr als 10 Euro auf dem Konto haben. Plus. Die rufen sie sofort an. Sie müssen etwas tun. Sie müssen ihr Geld für sich arbeiten lassen. Ich habe gesagt, junge Frau, Geld arbeitet nicht. Genauso wenig wie Buchstaben. Oder kennen Sie irgendjemanden, der Buchstaben auf einer Festplatte speichert und dann wartet, bis hinten ein Buch rauskommt? Ja, bis auf Sarrazin. Ach, Jesus Christus. Ich habe dann den Fehler gemacht, ich wollte das ein für alle Mal beenden. Ich bin hin in die Filiale. Aber da hat sie angefangen, mir so Schokolade zu schenken und so Pyramiden zu zeigen. Können Sie das, so Bankberater zeigen Ihnen immer, wenn Sie Geld anlegen? So Pyramiden. Da steht dann sowas wie Liquidität, Laufzeit. Ist schon sehr bezeichnend, dass Bankberater inzwischen die Form eines Grabmals wählen, um Ihnen zu zeigen, was Sie für ein Anlagetyp sind. Sie sind hoffentlich versichert, oder? Ja, und so große Versicherungskonzerne und Pensionskassen, die haben ja Milliarden. Und die dürfen ja hauptsächlich in sicheren Anlagen investieren. So, und wer legt jetzt aber laut Politik fest, was sichere Anlagen sind? Ratingagenturen. Das heißt, die Politik hat den Elefanten genommen, in einen Porzellanladen geschoben und gesagt, jetzt schau dich ruhig ein bisschen um. Und jetzt ist die Politik sauer, dass der die Scherben nicht bezahlt. Und es werden ja eine Menge Scherben zu bezahlen. Diese ganzen Finanzderivate, die zur Finanzkrise geführt haben. Da haben die Ratingagenturen gesagt, ah, 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 super Zeug. Kaufen, das ist so sicher, das ist investiert. Da haben die Leute investiert auf dem ganzen Planeten. Und dann hat es Billionen von Dollar zerrissen in der Finanzkrise. Und dann sind alle zur Ratingagentur gesagt, was habt ihr da gemacht, was war da los? Und dann haben die Ratingagenturen gesagt, ah, ups. Blöd. Das war alles, was sie bisher gesagt haben. Ups, blöd. Das war alles, was die... Oh, Entschuldigen Sie, jetzt fange ich schon wieder an. Ratingagenturen, Derivate, ich sehe schon ein paar... Ich möchte es wieder nicht... Nur mein Vater hat sich am Schluss seines Lebens eben sehr mit Derivaten auseinandergesetzt. Hier, Financial Times, ich schreibe dann so, Derivate sind künstliche Wertpapiere, die außerbörslich gehandelt werden. Es handelt sich nicht um Aktien, sondern Over-the-Counter-Geschäfte. Sind Sie noch bei mir? Das ist ganz wichtig, das heißt keine Aktien. Das heißt, es gibt keine Börsen auf sich. Die gehen also zwischen den Banken direkt über die Ladentheke. Also Over-the-Counter. Früher hieß das Under-the-Table. Und hier, das ist... Heute schämen Sie sich nicht mehr genug, ne? Aber hier, ich meine, diese Derivate hat mal laut Financial Times, hier steht, die hat mal einen realen Hintergrund. Aber jetzt seien es, laut Financial Times soll schon, inzwischen hauptsächlich Pferde wetten. Pferde wetten. Und ich habe mir nachgeschaut, Sie können also mit Derivaten auf alles wetten. Sie können, es gibt Wetterderivate. Sie können auf das Wetter wetten von morgen, nicht von gestern, sonst hätten Sie ja eine Chance. Sie können zur Deutschen Bank gehen, das ist mein Lieblingspapier, und bei der Deutschen Bank ein Papier kaufen, mit dem Sie darauf wetten, dass die Deutsche Bank untergeht. So etwas wie Selbstachtung kennt die Finanzbranche nicht. Mein Lieblingswort ist auch, Sie können mit Derivaten auch wetten auf stagnierende Seitwärtsmärkte. Stagnierende Seitwärtsmärkte. Warum ich mich so aufrege? Weil das Verhältnis nicht mehr stimmt. Was wir mit unserer Hände Arbeit so an Wert schöpfen können, wie Menschen, über dem ganzen Planeten, das kann man ungefähr beziffern, und das sind im Jahr, sagen wir mal, 70 Billionen Dollar, ungefähr. Komma drei. Und jetzt schätzen Sie mal das Volumen des Derivatehandels auf der Welt. 700 Billionen Dollar. 700 Billionen Dollar. Das heißt immer bei jeder Kleinigkeit in der Politik oder Welthungerhilfe oder so, oder Entwicklungshilfe, es ist kein Geld da. Doch, es ist Geld da, es steckt bloß in Pferdewecken. Und wenn Sie so Investmentbanker fragen, wozu braucht ihr denn diese ganzen Derivate, kommt ja immer eine Antwort, ja, damit wird Risiko strukturiert und begrenzt. Das hat ja bisher prima geklappt. Bis kurz vor die Finanzkrise haben wir das Risiko so fein strukturiert, dass wirklich jeder eine Scheibe davon hat abbekommen können. Kennen Sie noch diese Werbung von der Ingen-DiBa mit Dirk Nowitzki, die's mocks noch radlwurscht? Das finde ich zynisch in dem Zusammenhang. Lass nicht. Ich lese Ihnen mal eins vor, dass Sie mal eins gehört haben, wie das so klingt. Das ist ein tatsächlich, das hat sich ein Rentner ins Depot legen lassen. Nur, dass Sie, gucken Sie mal, wie lange Sie mitkommen. Bonus-Garantie-Anleihen stellen je nach Ausstattung in Abhängigkeit von der Kursentwicklung eines zugrunde liegenden Baskets einen variablen, beziehungsweise einen im Rahmen einer Zinsstaffelung fix vorgegebenen Coupon in Aussicht, wobei sich der Zinssatz entweder an der kleinsten, absoluten, positiven oder negativen Performance eines einzelnen Korbwertes oder an der tatsächlichen Kursentwicklung orientieren kann. Bei der vorliegenden Kursabhängigkeit, wir sind erst bei der Hälfte, sich auf 20 internationale Blutschip-Titel beziehenden Variante ergibt sich der jährliche Coupon ausgehend von einer 5-prozentigen Startverzinsung in den ersten beiden Jahren ab der dritten Laufzeitperiode in dem 60% der Kursentwicklung der seit Emissionen am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Fertig. Ganz schön viel Arbeit, um so einem Rentner sein Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber wenn es jeder kapiert, dann funktioniert es nicht mehr. Ich glaube, so Derivate sind die organisierte Suche nach dem größten Deppen. Nein, das Geschäft, das funktioniert ja immer so. Ich muss zugeben, wir haben damals auf dem Dorf wunderbare Geschäfte gemacht. Wir haben Haschischkekse verkauft. Oh, wir haben Haschischkekse. Eine ganze Dorfjugend war high auf Oregano. Wirklich, das war... Ja, die haben das gekauft, die wussten nicht, was drin ist. Und hier auch beim Derivaten, jetzt weiß ja keiner mehr, was drin ist. Wissen Sie, wer das ausrechnet inzwischen? Das sind Mathematiker. Na, Mathematiker. Und weil es so kompliziert geworden ist, haben sie sich jetzt Astrophysiker geholt. Astrophysiker. Menschen wie Stephen Hawking rechnen das aus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat geschrieben, selbst professionelle Händler bräuchten ab und so seherische Fähigkeiten, um überhaupt herauszufinden, worauf sie gewettet haben. Was? Sie haben also eine Pferdewette. Sie wetten, ja? Aber sie wissen nicht genau, wo die Rennstrecke liegt. Sie wissen auch nicht genau, ob es einen Jockey gibt. Sie wissen ehrlich gesagt noch nicht mal, ob es ein Pferd gibt. Und wenn es ein Pferd gibt, wissen sie nicht, wann es läuft, ob es läuft. Und wenn es läuft, wissen sie nicht, in welche Richtung. Ja, wo laufen sie denn? Und unter diesen Voraussetzungen haben Bankberater das Zeug empfohlen, die Banken untereinander das Zeug irgendwie gehandelt. Und unsere Landesbänker. Mit unseren Steuermilliarden in der Hand. Haben sich hingestellt und gesagt, wir wollen auch mitmachen. Die haben vorher schwäbischen Schraubenherstellern Kredite gegeben. Ja, das war ihr Level of Expertise. Und dann wollten sie plötzlich das große Rad drin am Final. Ich wäre so gern Mäuschen gewesen. Bei der Bayerischen Landesbank. Der Moment, wo sie sich entschieden haben, das zu machen. Das muss... Ja, grüß Gott. So, wir müssen auch in den Derry... Wir müssen auch in den Derrymarkt, wir müssen da auch hinein. Aha, und warum? Ja, da sind große Wachstumschancen drin. Aha, und wie funktioniert das? Ja, vielen Dank für die Frage. Sehen Sie, wir haben hier ein Computerprogramm, das uns die Investmentbank, die das Wertpapier hergestellt hat, uns zur Verfügung gestellt hat. Und wir haben hier eine Maske. Und da geben sie eine Zahl ein. Und dann drücken sie auf Enter. Und dann erscheint dort unten eine andere Zahl. Und die ist größer. Da hat der Vorstand gesagt, das machen wir. Warten Sie, wie war dieses Derivat, was ich Ihnen vorgelesen habe? Der letzte Satz? Warten Sie mal, 60% der Kursentwicklung der seit Emissionen am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Moment, das war doch das, was mein Vater von Dr. Gump wissen wollte. 60% der Kursentwicklung der am schlechtest performenden Aktie zu einem Berechnungsfaktor von 10% addiert wird. Was steht hier? Kein Wunder, dass niemand mehr begriff, was er sich da ins Depot legte. Derivate wie Gemstone 7, Rose 4 und Lorelei 3 waren so strukturiert, dass Stiftungen, Gemeinden und Sparkassen das Risiko nicht erkennen konnten. Sie erlitten Verluste in Milliardenhöhe. Gemstone 7, Rose 4. Als Namen. Gut, Lorelei waren Sie immerhin ehrlich. Eine Nixe, die mit ihrem Gesang alle Schiffe auf tödliche Felsen... Nixe. N3 ist Lorelei 3. Schauen Sie, mein Vater hat Dr. Gump immer wieder gewarnt vor irgendwelchen Risiken, aber Dr. Gump hat nur geschrieben, die Nixe muss laufen. Mein Vater fragt, und warum? Und Dr. Gump schreibt, aus 200.000 schönen Gründen. Nicht wenige Wirtschaftsprüfer waren bereit, das Spiel mitzuspielen. Zwar mussten sie von den Banken teuer bezahlt werden, aber immer wieder bestätigten sie die Eignung bestimmter Derivate. Oh, hoffentlich ist das Zeug teuer. Wissen Sie, man hat sich als Kind immer gedacht, da draußen, da sitzen bestimmt ein paar Erwachsene. Die passen schon drauf auf, dass diese Welt nicht aus den Fugen gerät. Wissen Sie was? Da ist keiner. Prost. Es ist schon unglaublich, oder? Die Wirtschaftsprüfer machen... Die Ratingagenturen machen... Gut, wenn Sie sagen, Moment, wir hatten ja noch... Jede Bank hat ja noch einen Aufsichtsrat in Deutschland. Wissen Sie, was Sie heutzutage vorweisen müssen, um Aufsichtsrat werden zu können? Sie müssen volljährig sein und geschäftsfähig. Das kriegt selbst Lothar Matthäus. Und dann heißt es Astrophysik gegen Lothar Matthäus. Da würde ich auch wetten gehen. Wissen Sie, was? Ich trinke auf Herrn Dr. Gump, auf das seine Nixe besser schwimmt. Ich trinke auf meinen Vater, auf 200.000 schöne Gründe. Ich muss noch trinken auf Frau Drösel, habe ich noch gar nicht erzählt. Frau Drösel hat mir jetzt mitgeteilt, mein Immobilienfonds würde jetzt aufgelöst. Also abgewickelt. Sie hat gesagt, der Immobilienmarkt hätte sich nicht wie geplant entwickelt. Ach nee. 9.000 Euro. 9.000 Euro. Aber ich habe das Gefühl, hätte ich in kürzester Zeit 9.000 Euro verlieren wollen, das hätte ich auch allein geschafft. da hätte ich keine Bank zu gebraucht. Da hätte ich mich in Honig eingerieben, mich in Geld gewälzt und wäre dann nackt durchs Frankfurter Bahnhofsviertel marschieren. Hey, wir haben ein bisschen Spaß gehabt dabei. Ich bin noch mal hin, ich bin noch mal hin, sage Ihnen zur Frau Drösel, habe ich gesagt, vielen Dank Frau Drösel. Hat sie gesagt, ich habe Sie hingewiesen auf die Risiken des Immobilienmarktes. Und ich habe gesagt, ja, zwei Sekunden. Den Rest der Zeit haben Sie Bildchen gemalt von Pyramiden, die wir zusammenbauen werden. Goldene Pharaonenmasten sind von meinem inneren Auge erstanden. Ich war Cäsar. Ich habe mit Kleopatra in Milch gebadet. Das war wie ein Märchen. Aber das ist das falsche Märchen. Bei Bankberatern brauchen Sie dieses andere Märchen. Kennen Sie das? Dieses Tischlein deckt dich. Ja, da kriegt so ein Typ so einen Esel geschenkt. Und wenn er den auf den Tisch durchstellt und ruft, britt, britt, dann speit der Esel Gold. Gut, also wenn Sie mal wieder nicht verstanden haben, was Ihr Bankberater gerade zu Ihnen gesagt hat, war es bestimmt Bricklebritt. Woher glauben Sie, kommt dieser Spruch, Kleinvieh macht auch Mist. Weil wir Kleinsparer, wir machen Unmengen vom Mist. Ich denke immer, wir sind nicht dabei. Wir sind ja mit dabei, ob Priesterin oder Immobilienfonds. Wir sind ja immer mit dabei. Wir sind das Plankton. Im Meer der Finanzheil. Die brauchen uns. Ernst nehmen Sie uns nicht. Frau Drösel hat mich angeschaut und gesagt, Sie wollten doch anlegen. Ich wollte anlegen, ich wollte, dass Sie mich beraten und nicht Ihren Jahresurlaub finanzieren. Aber sie hat halt, bei dem Gespräch, ich war nicht gut drauf. Ich habe versucht, Sie zu beeindrucken, indem ich an außergewöhnlichen Stellen genickt habe. Dann hat sie immer irgendwelche Sachen erzählt und diese Prospekte lagen auf dem Tisch. Diese ganzen Prospekten. Und ich habe halt einen genommen. Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, eine gute Wahl. 9.000 Euro. Tja, man müsste eigentlich mal was machen. Man kann doch das nicht einfach sich geschlagen geben. Aber was sollst du machen? Ich habe neulich, neulich hat jemand gesagt, ich verklag meine Bank. Ja sicher, sagt das Plankton zum Hai. Ich mach dich fertig. Ich sehe, man denkt immer, man bräuchte, man bräuchte doch mal einen Hebel, weißt du? So ein, so ein Hebel, wo man, einen Moment, ganz kurz. Hallo? Herr Benani, ich wäre es. Hallo? Könnten Sie mich von hier nach draußen verbinden? Ja, ich übernehme die Kosten. Die Nummer, die Nummer ist die, ich glaube, das ist die 0179507951. Bitte? Ja, und wo Sie gerade dabei sind, könnten Sie mir vielleicht noch eine Pizza bestellen? Ich habe so einen Kohldampf, dass Sie... Sie könnten sie unter der Tür vielleicht... Ein Crêpe? Nein, ist gut. Nein, stellen Sie einfach nur durch. Ja, vielen, vielen Dank, Herr... Ja, nur durch. Mailbox. Grüßen Sie, Herr Dr. Gump. Klaus Neumann hier. Ich befinde mich gerade hier. Und ich habe die Unterlagen meines Vaters vor mir aus dem Schließfach. Und ich habe eine wunderschöne Geschichte gefunden von, wie soll ich das sagen? Zwei Wirtschaftsprüferinnen, die versuchen, einer Meerjungfrau Beine zu machen. Aus 200.000 schönen Gründen. Und ich wollte Ihnen jetzt meinen professionellen Rat anbieten, ob Sie diese Geschichte veröffentlicht sehen wollen. Was weiß ich, in einer Anekdotensammlung vielleicht. Hier lacht der Staatsanwalt. Und Sie wissen ja, morgen halte ich auch noch eine kleine Rede und werde also vor die Öffentlichkeit treten. Und bevor ich das tue, sollten wir schon besprechen, was ich der Öffentlichkeit dann so mitteile. Nicht über die Firma, die WPG. Vielleicht sollten wir vorher über die Verdoppelung des Stiftungsvermögens reden. Durch Sie, Herr Dr. Gump. Oder meine Gehaltserhöhung. Und wissen Sie was, rufen Sie bei mir an. Melden Sie sich einfach mal, ich bin erreichbar bei der Hausbank meines Vaters. Die ganze Nacht. Fragen Sie einfach nach dem Mann im Tresor. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Mensch, unglaublich. Vielen Dank.